Pierre Cherrick war ein französischer Fußballspieler. Die Vereinskarriere Cherrick war der erste Nationaltorwart Frankreichs, der es auf mehr als 20 Länderspiele brachte. Heute undenkbar in den Kinderjahren des französischen Fußballs, aber nicht einmalig, hatte er bereits im Alter von 14 Jahren das Tor der Männermannschaft von Yars-Levalouis, eines Pariser Vorortvereins, gehütet. Schon damals zeichnete ihn aus, dass er seine Körpergröße von nur eins 70 Metern durch das Antizipieren gefährlicher Situationen kompensierte, er war der Typus des mitspielenden Torhüters, für den der gesamte Strafraum zu seinem Aktionsbereich zählte. Legender geworden ist zudem, dass er sich nicht scheute, sich vor die Füße einschussbereiter Gegner zu werfen. Diese Spielweise hat ihm allerdings auch zahlreiche Verletzungen eingetragen. Außerdem soll Pierre Cherrick einer der ersten in Frankreich gewesen sein, die das Weg verhausten von Flanken und Torschüssen bis zur Meisterschaft entwickelten. Nicht eindeutig zu klären ist die Frage, wann er von Leverouis zur Union sportive Athletik-Klischee wechselte. Weihnachten 1909 trug er mit dem Football-Etoile-Club Leverlois ein Freundschaftsspiel beim FC Oettingen 05 aus. Andererseits war es in diesen wilden Jahren nichts Ungewöhnliches. Dass Mannschaften sich gegenseitig mit Spielern aushalfen, gelegentlich verstärkten sogar Spieler des Gegners ein Team, das kein Elfmann aufbieten konnte. Mit welchem Status auch immer, Jarek hielt seinen Kasten sauber und beeindruckte bei Leverouis' 7 zu 0 Erfolg auch die etwa 500 deutschen Zuschauer. Mit 19 überredete ihn der Abwehrspieler Lucien Gämblin, zu Red Star Paris zu wechseln. Diesem Verein blieb er bis zu seinem Karriereende treu und war eine der tragenden Säulen bei dessen Erfolgen bis Mitte der 1920er Jahre. Red Star gehörte bis 1919 dem Fußballverband League de Football Association an, deren Landesmeisterschaft gewann der Verein mit Cherrick im Tor. 1912 allerdings zählt dieser Erfolg heute nicht als offizieller Meistertitel. Im Jahr 1913 unterbreitete Tottenham Hotspur dem Franzosen das lukrative Angebot, in England zu spielen, Cherrick blieb aber bei Red Star. Auch deshalb, weil er dort zwei Jahrzehnte vor Einführung des Professionalismus in Frankreich gleichfalls seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Wie er Ende der 1920er selbst bekannte. Danach hatte er für seinen Wechsel zur Red Star 500 Voss erhalten und bekam ein monatliches Fixum von 400 FF zuzüglich Siegprämien von jeweils 50 FF. Ebenfalls noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde er erstmals in die Nationalelf berufen. Bei den interalliierten Spielen 1919 trug er eine schwere Schulterverletzung davon, die das Ende seiner aktiven Zeit einzuleuten schien, aber der Torhüter machte weiter und verhalf seinem Klub von 1921 bis 1923 dreimal in Folge zum Gewinn der Coupe de France. Mit 33 Jahren beendete er seine aktive Laufbahn aufgrund der Spätfolgen einer Verletzung, die er sich beim Spiel gegen Uruguay während der Olympiade 1924 zugezogen hatte. Später hat Pierre Cherrick als Trainer gearbeitet, unter anderem bei der USA-Vranches. Stationen C.A.S. Levalois und F.E.C. Levalois USer Klischee Red Star Paris Der Nationalspieler Zwischen Oktober 1911 und Mai 1925 spielte Pierre Cherrick insgesamt 21 Mal in der Equipe Tricolore. Elf dieser Spiele absolvierte er bis 1914, dann unterbrachen Krieg und Verletzungen seine Karriere in der Nationalmannschaft. Bevor er zurückkehrte und 1923 vierundzwanzigste weitere Neunländerspiele bestritt. Darunter auch zwei bei den Olympischen Spielen 1924. Beim 2 zu 3 gegen England wurde er noch ein letztes Mal anstelle des neuen Stammtorhüters Maurice E. Kottner eingesetzt, der bald darauf für Alex Teppo Platz machen musste. Kottner und Cherrick hatten sich übrigens im Pokalentspiel 1921 auch unmittelbar gegenübergestanden. Palmares Französischer Meister Französischer Pokalsieger 21 Alenda Spiele für Lébles Platz 3 der besten Liste französischer Torhüter von France Football Toll!